Da ist jetzt das Spiel beginnt. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted 372. Folge. Eigentlich ist es eine Folge danach, weil ich spiele immer noch dasselbe, mit derselben Gruppe, mit derselben Mannschaft, immer noch in derselben Lobby. Ihr seht es nur dann am Samstag oder keine Ahnung, wann ich das hochlade. Ja, lass mich rein, ja. Da schickt mir gerade einer eine Nachricht. Und, keine Ahnung, ja, der lebt mich jetzt ein. Ich bleib auf jeden Fall im Spiel. Wieder Team Deathmatch auf Museum diesmal. Und dann beginnt die Runde gleich. Ich hoffe, das hängt jetzt nicht wieder, weil es eben ewig geladen hat davor. Ich brauch keine T-Bolt. Ich mag die T-Bolt eh nicht so. So, da hab ich den ersten Kill schon. Ja, der war geil, ne? Alter, du Loob! Ich glaub, ich mach auch mal bald ein Video, wo ich ein bisschen rumschreien werde, wenn ich das jetzt in ein Tier schon getan hab. So, dann geh ich mal hoch und mal gucken, ob da noch einer ist. Ja, der hat quer, äh, quer zu schon die beiden Blatt gemacht. Ja, genau. Alter, da wollte er mich gerade runterziehen, aber was, der Pisskopf. Ich glaub, ich werd mal bald ne Aufnahmesession starten, muss ich mal ein paar Videos mehr aufnehmen am Tag. Alter, wie viel Damage mehr dem macht und ich hab dieselbe Waffe wie der, alter. Alter. Ja, hier ein 2 zu 1. Alter, ich hab den runtergezogen und dann macht er einfach nochmal ein Viereck, oder was, der Noob, alter. Mann, ey, so Spasten, ohne Mist. Ah, da ist er rausgegangen, da wollte ich den Grat runterziehen, ey. Ja, klar, genau. Genau. Da unten ist einer. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, da hab ich schön gepumpt. Wer ist? Ah, kann man vorkommen. Alter, von hinten oder was mit Feuerrate, du kleiner Pisser. Ey. Mann. Ja, warte, ich mach das dann im nächsten Video. Ich muss erst mal gucken, wie du überhaupt heißt. Alter, lauf doch mal weiter. Ich will keine T-Bold. Achso. Alter. Du nub. Alter, alter, ey. Die geht böse ab, eigentlich. Alter, da schneit der mich im Dings, oder was? Mann. Ich kacke gerade böse ab in der Runde. 6 zu 6. Liebe Zuschauer. Wenn ich jetzt ein bisschen rumgeschrien hab, aber manchmal muss ich auch ein bisschen rumschreien. Ich hatte eh vor, ein Rage-Video zu machen, wo ich die ganze Zeit nur rumschreie. Weil es mir per Sinn ist. Alter. Ey, Mann. Doppelter Schaden, alter. Yo, auch noch für die Gegner. Spaß da, Lacken, ey. Ich finde irgendwie gar keine Gegner. Sorry, Leute. Wenn ich keine Gegner finde, aber... Doppelkill, jawoll. Ey, wo ich euch einen Tipp geben kann, wenn ihr 5 Mann Tode sammelt, spielt, ähm... Labor... Auf... Ja, keine Ahnung, wo die Map dann halt ist, aber auf jeden Fall spielt Labor mit MAC-5 und SRS, also mit der Shotgun. Man kann da so schnell 5 Mann Tode bekommen. Ich hab gestern mal... Ey, da ist die Sniper, ne? Ähm, eine Runde, ähm... Wie heißt's? Eine Runde, oder zwei Runden sogar, haben 5... Ähm... Labor gespielt, und da... Ja, da ist die T-Bowl, die T-Bowl ist da. Äh... Alter, Feuerrad-Noob! 8 zu 9, Alter, das ist doch erbärmlich. Findest du auch keine? Ich finde auch keine mehr. Alter, da hat er mich doch was mit deiner hässlichen Feuerraten... Pisskopf... Hund... Alter, der gibt mir einen Schuss, oder was? Hast du Aim-Bot drin, du Noob, oder was? Ey, so schnell, da hätte ich schon niemals anvisieren können, ey! Ey, wir kriegen noch einen Kill. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Let's Play Uncharted 3 mit MH26N.